Ich bin die Mau von der Mount Everest Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst dir von der Zugspitze wäsch'n So, also Und ich will wieder ein Testspiel machen gegen PJ Wir haben hier League A Pack, das Verlierer kriegt das Gewinner kriegt das Wir gucken jetzt mal, wo Abgebraucher ist, oder? So, schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Fang du an Wir haben zwei Draft Tokens, können wir verwenden beide Was nehm ich denn? Was? Warum überlegst du denn? 4-4-2 ist jetzt auch nicht so gut Die ist doch top Ja, es geht Die ist aber auch nicht schlecht, aber die ist zu viel links Die unten ist Müll Ich hätte jetzt auch gesagt, die aber 4-4-2 ist manchmal auch nicht schlecht Aber ich nehm die Nein, die Bundesliga-Schiene Könnte ich Bundesliga-Fahrwärser werden? Und ich geh rein Scheiße, hätten sie besser mal an Kostic reingespuckt Gut Super Messi noch jetzt? Ja Muss ich finden denn? Oh wow Vier Spieler, vier Ligen, Alter Kann man mal machen Ja, was soll ich machen? RS ist immer kacke Jawohl, jetzt bau noch der Der KD ein Ja, den würde ich rüberziehen Der wäre eigentlich gut Oder nehme ich Krosi mit KD passt aber halt dann da Ja, wenn ich die Seite da schließe will Ich nehme mal Kros mit Wuuuuh Hat da jemand Angst, Digga Jawohl, schon passt KDB, ja Oh, 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 oh Hätte ich mal besser KDB mitgenommen Oh, oh Na, den kann ich ja mitnehmen Ein bisschen Würde habe ich auch Vier Ligen, Fragezeichen Alter Was ist denn jetzt los? Ist okay, ist okay Ja, bitte Schlecht Waaaah Plague of R Waaaah Plague, die bringen mir alle nichts Alle Lost Nehme ich die Beste einfach mit Die bringen alle nichts 90 steht schon Aber Chemie, guckt euch mal die Chemie an Ja, aber das sind ein, zwei Schlüsselpositionen Digga, ist aber... Ja, ich muss Walker mitnehmen Komm, bringt's aber mit dem Tor was Wow Eik, Tomine, ja Wow, bringt mir alles nichts Ich hab halt vorne im Sturm Hab ich halt gar nichts, ne Da muss halt noch was hin Das kann richtig widerlich werden Bringt mir alles nichts Jaaaa Ach du Scheiße Erstmal den hier Ach du Scheiße Wo kam der denn her Ah Jaaaa Ist das dein Ernst grad? Ja ich guck ja doch Könnt ihr auch den hier mitnehmen Wär halt eigentlich auch gut Das ist jetzt die Frage Nehm ich den hier mit Oder nehm ich den hier mit Was bringt mir mehr? Nimmst Nani mit Ja Digga, Nani bringt mir doch aber da gar nichts Der bringt mir mehr Nani bringt mir nix Ich halt mich auch bedeckt Nani, ja ist Portugies aber dann ist mir mein Rashford drausse Ich hätt mal Ne mitgenommen Ach Scheiße Oh mein Gott ist der lost Digga Ich hätt mal Ne mitgenommen Ja Achtung okay ich nehm ich nehm Ding mit Aber Ding hätt mehr gebracht So dumm Nani mitzunehmen Digga Super 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 ja Ich hätt einfach Ding mitnehmen soll hier Spastis Da so Wow Alter Das war eure Scheiße Alter Von wegen lost, lost, lost Wer sagt hier Nani Alter Ehre an Timo Alter Ehre Jungs Ihr seid so lost Alter Ehre Jungs Das ist wahre Lost halt Ehre Jungs Na ihr wurdet aber bestraft Ihr wurdet bestraft dafür Aber es wird immer noch schwer Kann ich irgendwie RF machen Nani euch seppl Ja wow Toll Ja Super, super, super Messi war schon durch ne für die Info Ja es bringt War wohl zugesagt haben War ja trotzdem nix ja Ja wohl nur gesagt haben Ich hab ein fettes Problem Heb die Hand, bring's zu Ende Ich hab ein fettes Problem Hm ne ich hab glaub ich doch kein Problem Ich hab glaub ich doch kein Problem Ich hab glaub ich doch kein Problem Bringt mir zwar nix aber nehme ich trotzdem mit Der Rest bringt mir auch nix Hätt ich Wan-Bissaka mitgenommen Hätt ich auch so Ding gestellt Ich hab doch noch einer Ich hab ein IV Ich hab ein IV Ich hab ein IV mein Freund Guck mal hier hinten Sogar ein engländische IV Aber das ist Quatsch Das sind 75er Ja jetzt hab ich ja noch ein 5er Jetzt hab ich ja noch eine andere War ein Bissaka, Salah da rein Und die Bär wäre geschält gewesen Chill doch dein Leben Ganz einfach Guck mal ich kann's so machen Guck mal ich kann's so machen Guck mal ich kann's so machen Habe ich jetzt noch einer Jawohl 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 Traurig Traurig Ja gut man kann Bringt ja nix Jungs Ich kann's auch so rum machen Aber das bringt mir auch nicht weiter Mit dem anderen Dreier geh ich eh rutschen Von daher Ja, und was ist da dran draus, stark gemacht? Auch dreckig, Digga, geht mal. Für eure Scheiße da oben. Nani, wer geht denn auf Nani? Du? Ja, ihr habt es ja dann tausendmal reingeschrieben, ich habe es euch ja gezeigt. Hät halt die Eier, mein Freund. Dafür kam halt der hier noch. So, fertig. Trotz eurer 31er-Aktion. Stevie G kommt auch noch mit dazu. Oh, der Glück hat, du Kollege. Oh, egal, 190, das Ergebnis zählt. Das ist das, was zählt, mein Freund. 190 ist stabil. 190 ist stabil. Wurde ich ausgelacht, fünf verschiedene Liegen. Die sind einfach nicht riesig gegangen. Ich habe nicht nur Premier League genommen. Könnt man mir auch mal... Was steht denn jetzt drin? Ja, sorry, wenn die Spieler halt kommen. Am Ende musst du ja Chemie bauen. Genau, am Ende fragt keiner mehr, wie es gekommen ist, irgend so ein Typ. Und es war doch stabil. Alter, irgend so ein Typ ist dreckig, ist Sau, sage ich euch. Ist er nicht. Der hat dich mit Nani in die Scheiße gerittet. Der hat dich rei gerittet. Der hat das Pferd gerittet, das Trojanische. Du hast das Trojanische Pferd gerittet. Er ist mitgerittet in meinem Pferd. Er ist mitgerittet in meinem Pferd. Ja, wäre klasse. Das sind doch gut, 3-4-3 flach. Das ist die Einzige, die nehme ich auch. Ja, und? Fahr mal wieder einen Gang zurück. Fahr mal einen Gang zurück. Beruhig dich mal wieder. Ist das lächerlich. Ist das lächerlich. Full Premier League, kenne ich gar nichts. Natürlich kennst du da nichts. Nani. Ja, hallo. Davidsson, ne? Safe. Sicherlich. Hier krieg ich noch Neymar. Hm. Premier League. Egal. Ich geh auf komplett Brasil. Ach komm, Digga. So ein Draft-Account. Beschwert sich einen 97er. Ja, und hast du schon hinten links? Ja, und Messi. Ehre, Walder. Danke, Valdi. Gehen wir erst in die Mitte kommen. Genau das. So sieht's aus. So sieht's aus. Pickle immer gut. Ja, jetzt lieber den anderen mitgenommen. Pickle kann man immer gebrauchen. Virtual für die andere Seite kann man auch gebrauchen. Laporte kann man auch immer gebrauchen. Ja, ich mach den Move, Digga. Ich mach den Move. Der ist Quatsch, der Move. Ich mach den hier. Ist der Quatsch. Ah ja, cool. Ich geh den Move. Gute Move. Ich baue mir rechts, baue ich mir mein Dreiecker. Der Öko-Ära. Alles Quatsch, der Move. So. Deine Ausgangslage sah schlechter aus. Ja, sehr gut. Oh ja. Tra-Laka. Ich würde Tra-Laka mitnehmen. Oh, schau, ich kann sehen. Es ist aber halt das Problem bei der Ausstellung jetzt. Ja. Aber ganz ehrlich, ist dein Problem. Ja, ist ja korrekt. Gehen wir dem. Die drücken aber... Die drücken aber... Ach, den D-My Wire da rein, ne? Die wollen alle nach U21 gucken. Ich könnte... Aber das kriege ich nicht geschlossen. Dann müsste ich zu viel beten, ne? Ach, fuck. Du Scheiße. Ach, du Scheiße. So ein Warmduscher. Fuck. Macht der denn da? Tja, hat er vorher mal nicht Ramos mitgenommen, sondern Laporte. Alle Probleme werden gelöst. Ah, die Maria, wie oft ein Nau. Jetzt könnte ich eigentlich... Widerlich. ...grad wieder rumbauen, ne? Gerade wieder auf die andere Seite bauen. Ist der verloren. Sucuk. 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 Ah, jetzt geh ich auf die Premier League. Ah, kann ich nicht. Kann ich nicht. Hättest du mal Laporte mitgenommen. Kann ich nicht. Warte, warte, ich muss kurz hier... Hätt er mal Laporte mitgenommen. Wenn ich Sucuk da reinbringe, obwohl... Save, Tommy, wichtig. Bei die Seite ist durch. Mario willkommen. Das macht die Simon-Aktion in ein paar Sekunden vergessen, was da gerade abgeht. Risiko, Digga. Alessandrini. Fabinho, Bro. Fabinho, Bro. Hättest du mal Laporte mitgenommen. Okay, Jungs, wir gucken einfach. Ja! Ja! Ist das lächerlich. Aber, Digga, was mach ich? Ist das lächerlich. Ich nehm auf ganz abgehoben Ferdi mit, ne? Er kriegt zwei Icons. Ja, wow. Wichtig. Und richtig. Ja, wow. Gleichstand. 91 droppt es nie mehr. Ich habe ja nichts mehr zum Schieben auch, ne? Nee. Und hab eigentlich schon... Kranke Karten da drin sitzen. Er kriegt zwei Icons. Al, dass du aber noch daran denkst, ist aber auch ganz großes Kino, ne? An was? Dass du auf 91 hochgehst. Respekt dafür, Bruder. So, und jetzt? 100 Cupbacks. Ja, 100 Cupbacks. Scheiße. Der Abel. Aber der Ferdi hatte ich auch ganz krass im Rucksack gehabt, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Wahnsinn, was da kam. Da waren auch schon ein paar Fehlentscheidungen in dem Trafter. Manche betiteln es als Fehlentscheidungen und manche sagen Eier. Was war denn meine Aktion mit Nani? Schnick, schnack, schnuck. Eier. Ich fang an. Bitte. Ein bisschen aufladen. Scheiße. Wie viel oder wie wenig Duplikaten im Start sind, ne? Ach du Hölder. Was war denn eben dein Stärkste? Das interessiert net. Ilicic. Das ist vorreizend ein Walkout, ne? Sonst gehe ich auf Rutschen. Das war's. Irgendwo auch verdient. So unverdient. Ja, aber ist ja egal. Ist ja egal. Du machst jetzt ein Walkout. Ein Walkout. Dann ist die Bär geschält so direkt. Ach, ist das behindert. Langt. Ist das scheiße. Wer ist geschält? Naja, soll er seine Fonte abholen. Irgendwann? Eier. 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 Soll er seine Rossi-Fonte abholen. Rossi. Also hast du ja gut Reihenfolgen festgelegt, ne? Wie ich mir gesagt habe, weil wenn es jetzt noch ein Walkout ist, dann hast du dich schön gefickt. Und du hast dich schön gefickt. Alter, hab ich mich zerstört. Hast du dich zerstört? Nani. Stabil. Ganz stabil. Stabil, Digga. Wohl weiß der Nani nimmt man ja so safe mit, Jungs. Nimm mal mit. Wir haben erst noch gelacht, ne? Kannst du direkt mal tauschen. Und hoch. Na, hättest du gleich verkaufen können. Das ist richtig was wert. Ja, die gehen gleich drauf. So, und hier wäre jetzt stabil, wenn ich auch nochmal die Maria mache. Ach, die Maria, äh, Nani. Aber du bist ein Schwacher. Ja, das ist halt irgendein Schmutz. Das wird ein richtiger Schmutz. Boah. Ein richtiger Schmutz. Also wenn das andere Pack jetzt ausholen, also du hast dir schon die richtige Scheiße gezogen. Aber da gibt es ja auch ein Großteil nur Scheiße. Und wenn jetzt bei mir noch der IV kommt, dann komplett reingelackt, ne? Ins Business. Gute Modell, diese. Burak Abi würde es sagen, alle. Komm, einfach mal Glück in so einem Pack. Marquinhos ist stabil. Siehst du, ein Paris-Spieler. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist gut, wirklich. Digga. Was? Ich habe von drei Punkten habe ich zwei abgehakt. Paris und Brasilien habe ich abgehakt. Ja, aber leider nicht drei. Aber geht wirklich klar. Geht für so einen Pack wirklich klar. Für so ein Pack geht es echt fit, Jungs.